Willkommen in Arena of Valor! Geht bereit! Minions werden in 5 Sekunden gelegt. Wollen wir mal gucken, ob das jetzt funktioniert. Ist gerade eben kein Ton aufgezeichnet? Wir schauen mal. Also wir spielen Platy. Spielen mit der Tara. Und waren in dem letzten Game schon mit der Tel Annas zusammen. Die hat mich noch mal eingeladen. Also die war relativ gut. Ich wundert es, dass ich überhaupt so hoch gekommen bin. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Dann tut es ihr nämlich vielleicht leid, wenn sie mich verdrischt. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das ist für die ersten Spielpunkte extrem kacke. Das war's. Dann soll ich auch noch save spielen. Und dann sollten wir da schon irgendwie geschaufen kriegen. Die Männer machen sich auf jeden Fall sehr, sehr gut. Die Männer machen sich auf jeden Fall. 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 Die ist wegkrieg. Die will den Kill jetzt haben. Die Männer machen sich auf jeden Fall. Die Männer machen sich auf jeden Fall. Die Männer machen sich auf jeden Fall. Diese you have defeated an enemy when there's a hammer there's a way you have Wir sind immer in Sicherheit und alles. Sehr gut! Der Crash ist sehr gefährlich. Das Problem ist, dass ich nicht zu greedy werde. Ganz oft ist es so, dass ich in die Tower Range gerate. Der Crash ist sehr gefährlich. Ich habe eine neue Runde. Die Runde sind in der Hälfte. Der Schmutz wurde eine Erdbeerung. Das ist ein Drei. Der Schmutz wurde 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 ein Drei. Das war's für heute. Wenn es ein Hammer gibt, dann ist es ein Weg. Wenn es ein Hammer gibt, dann ist es ein Weg. Ja gut, ja gut, ja gut, ja gut. Also bis jetzt ist alles schön, ich stehe, oh, 109. Ich hoffe das bleibt. Ja gut, ja gut, ja gut. Ja gut, ja gut, ja gut. Ja gut, ja gut. Ja gut, ja gut. Ja gut, ja gut, ja gut, ja gut, ja gut. Ja gut, ja gut, ja gut, ja gut. Ja gut, ja gut, ja gut. Ja gut, ja gut, ja gut, ja gut, ja gut. Ja gut, ja gut, ja gut, ja gut, ja gut. aber wie gesagt im moment sieht alles noch ganz gut aus so my weapons are forging blood Das war's für heute. Sie haben uns in der Heavenbeamilung gewonnen. Was ist das? Let's go! Was ist das Lippin-Pack-Pants? Das war's für heute. Das Poken war in allen Ecken. Das war's für heute. 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 Schönes Ding. Und bellender Hund. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.